Und das coolste an der Woche waren die neuen Sachen, die wir gelernt haben und die finale Vorstellung. Am coolsten fand ich, dass wir zusammenarbeiten konnten und dass wir unsere Idee umsetzen konnten. Das Stressigste für mich war, dass wir die Arbeitsaufträge manchmal in 10 Minuten oder so erledigt haben müssen. Die größte Herausforderung war deutlich unsere Teamarbeit und miteinander klarzukommen. Das war eigentlich nur so ein Stop-Sit, weil es nur so von da rein kommt. Let the final touches begin, oder? Super, los geht's! Das Witzigste war für mich die Gespräche mit dem Christopher, guten Andi. Mir hat am meisten Spaß gemacht, dass wir kreativ sein konnten und auch die Teamarbeit. Für mich die größte Herausforderung war, seine Idee zu finden. Das Stressigste war, als wir herausgenommen haben, dass es so ein Produkt schon gab. Also wir haben uns schon vorstellen können, dass wir Erster werden, aber weil die Idee genial ist in meiner Augen. Ich kenne das Problem sehr gut und ich finde, dass die Welt die perfekte Lösung dafür ist. Wir sind in der ersten Augen. Wir sind in der ersten Augen. Easy Money! Schau gut, dass der zweite Applaus auf jeden Fall drin ist. You're self-confident. Applaus